Also erst war das so Gitarre ganz traurig, ne? Und mit so einem Schlagzeug habe ich dann die Gitarre dann gleich lustiger. Ja, und der Mensch hinter der Gitarre. Das ist einfach so. Hier an der Theke bist du lieb als allein. Hier bist du fängst, hier darf ich sein. Hier an der Theke bist du hier und kein Wein. Hier an der Theke bist du lieb als allein. Wenn es wundervier ist, dann wird auch nichts. Es sind gleich zwei Behinder unten in unserem Haus. Und da kommt ein Lächeln und Zerfang und auch ein lautes Hallo. Der hier kennt jeder jeden. Beim ersten Mal ist das so. Hier an der Theke bist du lieb als allein. Hier bist du nur Mensch. Hier darf ich sein. Hier an der Theke bist du hier und kein Wein. Hier an der Theke bist du lieb als allein. Der Rump an deine Ecke. Wir trinken jeden Abend nur ein einziges Spiel. Und dann schweigt die ganze Zeit und es kommt sich jeden Tag hier. Und dann schweigt die ganze Zeit und es kommt sich jeden Tag die ganze Zeit. Ich bin ganz oben gleich. Der Rump an der Theke bist du hier und kein Wein. Ja, das ist so. Na 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 Wir haben jetzt die Wüte, wir sind alles allein, hier bist du nicht, hier kannst du sein. Wir haben jetzt die Wüte, wir sind alles allein. Wir haben jetzt die Wüte, wir sind alles allein, hier bist du nicht, hier kannst du sein. Wir haben jetzt die Wüte, wir sind alles allein, hier bist du nicht, hier kannst du sein. Und jetzt kommt der Rotscha-Abstschluss. So, schönen Abend noch. Vielen Dank für den Applaus. Wir haben heute ein Logisch-Teilnehmer für den Film. Sag mal, wie ist der Frankrand? Der sitzt auf heißen Kohlen. Dann noch einen schönen Abend. Ich freu mich auch nicht sehr mal noch heute mit dem Frank und gleich mit dem Matthias Christaus. Herr Vorrat. Guten Abend. Als reifer Kuss. Als reifer Kuss. Vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Moment und für die Tatsache, dass ich mich seit langem mal wieder so richtig bewegt gefühlt habe. Danke. Jetzt kommen wir mal zu einer wichtigen Frage. Was wissen Sie zum Thema Authentizität? 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 Zu dem wundervollen. Das war eine Creekkarte, die in ihrer Aufmerkungce zu sein. Das zeige ich. Jetzt wirdcpssitz. Wir Lowen. Das war gern. Wunderlich. Matthias Nudge gibt hier 4 und hier Mais zu Hause. Evein.